So ihr Lieben, es geht weiter mit unserem zweiten Teil unserer Städtetour. Und zwar sind wir ja in Tata und Tata liegt am Öregto, umgesetzt heißt es Altersee und den wollen wir heute mit dem Fahrrad umrunden. Starten tun wir an der St. Emmerichskirche und wühlen uns einfach durch Richtung Seestraße. Okay, was wir alles entdecken, was wir sehen, was wir vielleicht auch nicht tun sollten, das seht ihr, wenn ihr mitkommt. Und dann würde ich sagen, auf den Sattel, fertig, los geht's. I never really know what's going on. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.